Hallo, hier ist Tim und willkommen bei dem Einsteigerkurs für PHP. Ich habe schon ein Video gemacht für euch, das euch einen kleinen Kickstart geben sollte. Allerdings habe ich jetzt vielleicht ein bisschen besser geplant und werde etwas methodischer vorgehen. Also, ich habe jetzt gedacht, nun haben wir die Basis von objektorientierter Programmierung abgedeckt. Und jetzt dachte ich, es ist Zeit, einen Schritt zurückzunehmen und überhaupt zu verstehen, was Funktionen eigentlich sind. Weil Funktionen sind sehr wichtig in aller Art von Programmierung und auch in PHP. Also, was sind Funktionen? Wird hier behandelt? Functions auf Englisch. Es ist sehr wichtig, wenn man programmiert, dass man Englisch kann. Aber ich versuche, diesen Kurs für Deutschsprachige so einfach wie möglich zu machen. Ja, wie benutze ich Funktionen? Wie schreibe ich sie? Und das Wichtigste ist, dass wir nicht das Rad neu erfinden, weil es wurde schon sehr viel Arbeit für uns übernommen. Das heißt, wir brauchen eigentlich den Low-Level-Code, also den Code, der nah an der Maschine ist, gar nicht mehr zu schreiben. Deswegen gibt es überhaupt Programmiersprachen, damit wir sozusagen nicht alles neu machen müssen. Ja, und dann wollte ich noch ein paar Beispiele erklären, damit die Konzepte etwas klarer werden. Ja, was denn Funktionen? Enkapsulierte Funktionalität. Enkapsuliert heißt, dass du sozusagen ein Interface hast, eine Oberfläche, wo du was reingibst oder eine Box, wo du was reingibst und dann kommt was raus. Also du packst in die Funktion, gibst du etwas rein und dann kriegst du irgendein Output daraus. Und du musst nicht unbedingt wissen, wie das funktioniert, aber du musst wissen, dass es funktioniert und was du zu erwarten hast. Das ist das Mindeste. Und wenn du selber Funktionen schreibst, musst du natürlich wissen, wie das funktioniert. Ja, Funktionen sind etwas, was man wiederverwerten kann. Funktionen, eine Funktion hat normalerweise einen Namen. Es gibt auch anonyme Funktionen, auch in PHP. Wir haben 0 bis n Parameter, mit oder ohne Typ. Ein Parameter ist einfach ein Eingabewert, den man in die Funktion reingibt. 0 bis n, n heißt theoretisch unendlich, aber man hat natürlich eine endliche Maschine. Ein Computer ist nicht so groß wie das Universum. Oder selbst wenn es wäre, dann wäre es trotzdem noch endlich. Deswegen 0 bis n. Und normalerweise, oder was heißt normalerweise, optional hat man einen Rückgabewert, der mit Return markiert wird in der Programmierung. Ja, wie benutze ich Funktionen? Also normalerweise gibt es eine Variable, der du den Rückgabewert einer Funktion zuweist, der mit Return zurückgegeben wird. Dann hast du ein Gleichheitszeichen, also Variable mit Dollar davor in PHP, dann ein Gleichheitszeichen und dann den Funktionsnamen und dann optional 0 bis n Parameter. Deswegen habe ich hier ein paar Beispiele. Das ist keine Exhaustive List, also es sind nicht alle Möglichkeiten, die es gibt, aber man kann hier sehen, wie man zum Beispiel eine Funktion benutzen kann. Also zum Beispiel Funktionsname, Klammer auf Dollar Parameter 1, Klammer zu und dann Semikolon, wäre ein Funktionsaufruf von einer Funktion, die einen Rückgabewert haben kann, aber wo der hier nicht benutzt wird. Also Rückgabewerte sind sehr wichtig, weil die machen Funktionen überhaupt wertvoll. Ja, und dann gibt es da noch ein anderes Beispiel mit Parameter 1 bis Parameter n. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, aber dies sind meines Erachtens die wichtigsten. Also jetzt wollte ich eigentlich mal ein paar Beispiele zeigen, wie man eine Funktion schreibt, aber ich zeige euch hier das nochmal. Das ist hier meine PHP-Konsole, wo der interne Web-Server von PHP läuft, auf meiner Ubuntu-Maschine. Und hier habe ich auch was anderes geöffnet, was ich später noch zeigen wollte. Ja, so haben wir hier, hier haben wir erstmal nichts. Eine Funktion schreibt man so. Also erstmal müssen wir natürlich sagen, dass wir den Interpreter starten wollen. und dann hat man das Schlüsselwort Function, Keyword, und dann den Namen der Funktion, also sagen wir mal Summe. Und dann muss, also Grammatik ist sehr wichtig bei Programmiersprachen, dass man die richtig hinkriegt. Also jedes Zeichen zählt. Das heißt, hier haben wir Funktion Summe und dann müssen wir die Klammer geben und dann den Parameter, zum Beispiel, sagen wir mal einfach A und B. Und dann die geschweifte Klammer, um die Funktion anzufangen, den Funktionsblock. und dann können wir sagen, also ich mache das jetzt mal etwas länger, damit das klarer wird, Summe ist gleich A plus B. In diesem Fall macht die Funktion eigentlich, eigentlich gar nichts. also sie macht schon was, aber man hat keinen Vorteil daraus. Das heißt, irgendwie müssen wir ja den Wert der Summe rauskriegen aus der Funktion und das macht man mit dem Rückgabewert. Das macht jetzt noch nichts, das brauche ich wahrscheinlich nicht zu zeigen, aber jetzt können wir ausgeben, die Summe von, sagen wir mal, 2 plus 5. Also hier müsst ihr sehen, dass die Summe, da hat man ein Komma und da schreibt man nicht plus dahin, also das könnte eventuell verwirrend sein, aber die Syntax von einer Funktion, wie man sie benutzt, habe ich ja bereits erklärt. Das gucken wir uns nochmal an hier. Das ist die Methode, die wir hier verwenden. Also haben wir den Parameter 1 und Parameter 2 und da muss ein Komma dazwischen sein. So, dann geben wir das mal aus hier. es müsste dann 7 sein und da haben wir es auch schon. Ich mache das mal etwas größer. 7, ja, okay. Das ist ein Beispiel, wie man sie benutzt, aber jetzt bin ich schon vorwärts gesprungen. Wie schreibe ich sie? Also generisch gesehen schreibt man eine Funktion so mit dem Function-Schlüsselwort und dann den Funktionsnamen Parameter 1 bis Parameter n geschweifte Klammer und dann muss man irgendwie die Parameter verwerten und dann einen Rückgabewert zurückgeben, der optional ist. Man kann hier auch eine Variable als Referenz zurückgeben. Dann wird, dann kann man die Variable in der Funktion verändern und sie ist außerhalb der Funktion verändert. Das ist vielleicht nicht ganz, das heißt, also mit dem Return, mit dem Rückgabewert kann man ja nur einen Rückgabewert zurückgeben, aber manchmal will man vielleicht, und das ist auch nützlich bei anderen Funktionen intern in PHP, manchmal will man vielleicht zwei Werte oder sogar drei oder so zurückgeben und das ginge anders nicht. Also man kann das und hier vor jedem Parameter hinsetzen. Man kann auch vor den Funktionsnamen und packen, um die Referenz der Funktionen zurückzugeben. Allerdings wollte ich das jetzt nicht erklären, weil es ist ein bisschen schwieriger. Also, wie macht man das jetzt? Sagen wir mal Summe und dann machen wir ein und davor, vor das a und dann sagen wir einfach mal, dass a ist gleich Summe mal 2 und dann müsste der eigentlich a verändern. Nun kann ich das so nicht aufrufen, weil hier a eine Konstante ist. Das heißt, ich müsste sagen a gleich 2 dann packe ich hier das a rein und dann gebe ich mal a aus. hier wissen wir ja, dass a gleich 2 ist und dann nehmen wir die Summe und dann nehmen wir die Summe mal 2, das ist 7 und 14. Dann müssten wir also hier 7 und 14 rauskriegen, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe und da haben wir es. so, jetzt geht's weiter. Das Wichtigste an Funktionen ist, dass wir nicht das Rad neu erfinden müssen. Jede Funktion, die mal geschrieben wurde von irgendwem, könnte theoretisch wiederverhandelt werden, aber manchmal ist es schwieriger, die Funktion zu finden oder schwieriger, die Funktionen zu finden, als sie selbst neu zu schreiben. Aber meistens gibt es eine Funktion schon, die etwas macht, deswegen sollte man vielleicht auf dieser Webseite gucken, hier php, ich mach das jetzt mal ein bisschen größer, php.net, da gibt es sogar ein deutsches Manual, da wird alles beschrieben, wie man Funktionen benutzt und so weiter. Aber es ist manchmal, also ich finde es manchmal auch einfacher ein Video zu verfolgen, als Dokumentation zu wälzen. Es gibt alle möglichen Beispiele in php, es gibt ich glaube hunderte von Funktionen auf der php.net Seite, die muss man nicht alle auswendig können und ich würde das auch gar nicht raten, außer wenn man wirklich also fotografisches Gedächtnis hat, aber das braucht man wirklich nicht zu lernen, man kann alles nachschlagen. Bei php.net hat man auch eine Suche hier oben, da kann man dann den Funktionsnamen eingeben und normalerweise findet man die dann auch gleich oder man kann eingeben, was man denn machen will mit der Funktion. Und sonst ist natürlich Google oder DuckDuckGo eine gute Quelle. Jetzt wollte ich mal das Beispiel Impload erklären, weil ich hatte da eine Frage und das war, das ist eine Funktion, die sehr nützlich ist und eigentlich ziemlich einfach, aber wenn man sie nicht versteht, dann bringt es einem natürlich nichts. Die Funktion dafür, die Dokumentation dafür findet man hier. Die Slides, die packe ich auch online, wenn ich hier fertig bin. und dann kann man hier die Funktion Impload nachgucken. Impload, was macht die? Die verbindet Array Elemente zu einem String. Das ist vielleicht ohne Beispiel nicht unbedingt verständlich. Impload ist sowas wie Join und das muss man sich so vorstellen, wenn man ein Feld hat, ein Array, dann wird jedes Element des Arrays zusammengefügt mit der Glue, die hier als String gezeigt wird. Hier gibt es natürlich dann auch gleich Beispiele, die vielleicht noch einfacher zu verstehen sind als mein Beispiel, was ich euch gleich zeige, aber das könnt ihr ja dann nachgucken. Also, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, jetzt so improvisiert. Ich kommentiere das mal aus hier und sage mal Echo Impload und dann als Glue mache ich mal einfach zwischen und dann als Array gebe ich einfach an ein Array Literal und lasse das erstmal einfach ohne etwas. Was dann nämlich passiert ist gar nichts. Gar nichts. Wenn ich da ein Element reinpacke, sagen wir mal 1, dann müsste eigentlich nur die 1 erscheinen, weil das nur sozusagen dazwischen etwas packt. Jetzt mache ich hier mal Spaces dazwischen, sonst sieht das hässlich aus. Und dann mache ich mal 1 und 2. Was macht er dann? Ja, dann haben wir 1 zwischen 2. Das ist also die 1 wurde erst geschrieben, dann zwischen, dann 2. Und wenn ich da jetzt die 3 angebe, dann könnt ihr wahrscheinlich schon sehen, was da kommt. Dann haben wir 1 zwischen 2 zwischen 3. Das heißt, dieses zwischen mit dem Space wird immer zwischen die beiden Elemente gepackt. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn man es erst mal verstanden hat, dann ist es sehr hilfreich, wenn man irgendwie Text prozessieren muss. Also wenn man zum Beispiel CSV-Daten schreiben will, dann macht man hier einfach ein Komma. CSV Value Files und dann hat man die Elemente aufgezählt. So, das war Impload. Also ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen verständlich. Und dann haben wir hier noch ein etwas schwierigeres Beispiel und zwar P-Reg Match. P-Reg steht für Per Regular Expression und Match ist sozusagen das Match die regulären Ausdrücke. Diese Funktion ist etwas schwieriger zu verstehen von der Signature nennt sich das hier übrigens. Von der Signature der Rückgabewert ist Int der Funktionsname ist P-Reg Match Klammer auf so wird das immer dargestellt auf der PHP Webseite und ich habe dieses Beispiel gewählt weil es eigentlich fast alles hat was es gibt also auf php.net Dann habt ihr hier eine String eine Pattern das ist dann ein sogenannter regulärer Ausdruck auf Deutsch da das erkläre ich gleich dann hat man hier das Subjekt und dann sind diese ganzen Parameter optional das heißt also auf php.net sieht man zum Beispiel diese wie heißt die Angle Brackets oder Klammern ich weiß nicht wie auf Deutsch heißen auf jeden Fall diese rechteckigen Klammern haben Optionale Parameter das heißt dieser Parameter ist optional und wenn man den hat dann ist dieser zusätzlich optional und wenn man die beiden hat dann ist dieser auch noch optional das heißt man kann diese Funktion aufrufen als preg match pattern subject einfach nur als das und dann gibt es einen int zurück das heißt in dem fall kriegst du zurück ob du ein match hast oder nicht int wird normalerweise als boolean verwendet ein boolean ist wahr oder falsch und int da könnte man theoretisch natürlich alle integers zurück kriegen aber normalerweise in diesem fall glaube ich kriegt man nur ein 0 1 zurück und das ist dann sogenanntes truthy das heißt es ist wahrheitsgemäß naja egal pattern ist die pattern und dann hat man hier dieses matches die flags und das offset das ignorieren wir jetzt einfach mal die braucht man meistens nicht allerdings manchmal wenn man also advanced sachen macht mit regular expressions dann braucht man die aber hier das matches array ist sehr nützlich und zwar zeige ich jetzt mal wie man das aufruft also das war das jetzt bräuchte ich eigentlich mal einen text so ich habe hier einfach mal den text oder einen teil des textes von otto walkes eingefügt hänsel und gretel jetzt können wir sagen if preg match und dann gibt uns die ide wieder die vorschläge text das ist die pattern da müssen wir die pattern eingeben das erkläre ich gleich das subjekt ist hier text und dann matches ja wenn wir das haben dann wollen wir ausgeben was die matches denn sind also hier habe ich matches per referenz in die funktion reingegeben das heißt die variable wurde kreiert und gleich als referenz hineingegeben in die funktion und text ist der text ganz einfach und dann haben wir hier das kompliziertere das ist eine regular expression die kann man die werden immer abgegrenzt von entweder slashes zwei slashes oder zwei hashes man kann glaube ich auch andere charakter verwenden aber ich benutze hier einfach mal zwei slashes so wenn ich jetzt sage hier hm was kann ich matchen also reguläre Ausdrücke selber wollte ich jetzt eigentlich nicht erklären ich benutze jetzt einfach mal einen also zum beispiel a bis z und a bis z das bedeutet buchstaben große buchstaben oder kleine buchstaben und das ist ein 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 Zeichen und dann kann man da sagen dass man eventuell davon vielleicht vier hat das heißt er müsste jetzt alle wörter finden die vier zeichen haben so allerdings heißt das jetzt vier oder mehr deswegen machen wir das jetzt mal wie viel haben wir hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf sagen wir mal zwölf hier zwölf das heißt wir kriegen nur die sachen mit zwölf buchstaben oder mehr so das müsste eigentlich gehen schon ich lade das jetzt einfach mal so da haben wir es doch streich holze das sind die zwölf charakter hm dann sage ich doch einfach mal zwölf oder mehr das heißt wir haben streichholz etiketten ok das ist ja schon mal nicht schlecht also man kann damit jetzt haben wir hier natürlich nur nur normalen text man könnte hier jetzt auch äh was weiß ich eine zahl eingeben äh machen wir es mal tausend so äh und dann könnte man hier zum beispiel sagen äh also eine zahl null bis neun nicht wahr äh und davon dann mehrere mit plus äh dann haben wir da auch Komma und Punkt dann müssten wir jetzt eigentlich die Zahl zurückkriegen ja da kriegen wir die Zahl äh damit also ihr könnt vielleicht schon sehen damit kann man sehr ähm sehr gut Texte verarbeiten mit und also ich finde das wahnsinnig ähm hilfreich diese regulären Ausdrücke zu benutzen also es lohnt sich die zu lernen äh nun könnten wir da auch einfach nur schreiben äh ich weiß nicht sowas hier äh das ist das einfachere ähm vielleicht dann Punkt weil ja äh Punkt ist einfach irgendein Charakter also ich will jetzt nicht hier weiter in reguläre Ausdrücke rein mich reinknien äh aber das ist auf jeden Fall wie man die Funktion p-reg-match benutzt und ich habe p-reg-match und ähm und äh äh implode ausgewählt weil ich finde die beiden Funktionen sind mit am nützlichsten es gibt natürlich also hier habt ihr implode äh da ist auch ein Link auf der Präsentation ähm aber es gibt auch natürlich äh explode äh ich hoffe es lädt jetzt ja äh explode ist genau das Gegenteil von implode äh und das kehrt die Funktion sozusagen um da kriegt man ein Array zurück äh wo man den Delimiter also die Glue eigentlich äh also in diesem Fall ist natürlich Delimiter äh dann eingibt und dann natürlich das Subject hier heißt es String also hier sieht man mal wieder dass PHP nicht unbedingt konsistent ist äh aber es funktioniert äh naja hier ist jetzt die Beschreibung von p-reg-match und die habe ich ausgewählt wie gesagt wegen wegen dem ähm wegen dem und äh das und wie gesagt ist äh per Referenz wird das da reingegeben das Argument äh und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür weil man hier den Rückgabewert hat äh und hier hat man äh einen zweiten Rückgabewert ja so jetzt geht's weiter äh das äh war es glaube ich schon mit dieser Präsentation ähm das Video findet ihr online äh wo ihr vielleicht zuerst drauf kommt und die Slides äh müsstet ihr auch finden okay alles Gute dann und auf Wiederhören dann 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 Vielen Dank.